Microsoft Word findest du über das Startmenü und selbstverständlich kannst du auch danach suchen. Fasst zu unterst und mit einem Rechtsklick hefte ich das Programm gleich noch in mein Startmenü ein bzw. auch noch auf der Taskliste. So habe ich jederzeit schnell Zugriff darauf. Beim ersten Start werde ich hier gefragt, ob ich da den Lizenzbedingungen zustimmen möchte. Das mache ich. Ich wähle das obere Format als Standard Format. Das werde ich noch einmal gefragt und kann nun loslegen mit meinem neuen ersten leeren Dokument. Ein Programmierer schreibt normalerweise, wenn er seine ersten Zeilen eingibt, Hallo Welt. Und nun speicherst du diese Datei gleich, damit du das Wichtigste schon mal kennengelernt hast. Das kannst du über dieses Diskettensymbol machen. Wenn du lange darauf bleibst, siehst du auch den Kurzbefehl STRG S oder über Datei und hier Speichern. Da wirst du gefragt, wie du das Dokument benennen möchtest. Ich nenne es jetzt nochmals Hallo Welt und in welchem Format. DocX ist das Standard Format. Das macht sicher Sinn. Und hier wirst du noch gefragt, wo Dokumente wird standardmäßig vorgeschlagen. Aber du kannst, indem du hier drauf tippst, auch einen weiteren Ort wählen. Zum Beispiel in meinem Fall jetzt den Desktop speichern. Und wenn wir da einen Blick auf den Desktop werfen, so siehst du, ist deine neue Datei hier.